Azubi TV bei TV Berlin. Am Freitag startet eine neue Sendereihe auf ihrem Hauptstadt-Sender. Bei Azubi TV stellen wir Ihnen und Euch Berufe vor, die in der Spree-Metropole ausgebildet werden. Los geht's bei der Berliner Stadtreinigung. Hier werden allein zwölf unterschiedliche Berufsgruppen vermittelt. Die Chance, sich auf die richtige Ausbildungsstelle zu bewerben und schon mal in einen Beruf hineinzuschnuppern. Start der neuen Sendereihe ist Freitag um 19.15 Uhr und 22.15 Uhr auf TV Berlin.